Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Real Data Hero zur Präsentation meiner Analysen und Grafiken zu den offiziellen Daten rund um die Covid-19-Pandemie. Zum 2. November wurde in Baden-Württemberg die Warnstufe ausgerufen. Als eines der ersten Bundesländer tritt damit hier die zweite Stufe im dreigliedrigen Maßnahmenkonzept gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft. Ich möchte mich deshalb in diesem Video detailliert mit den Hintergründen und der aktuellen Situation in Baden-Württemberg beschäftigen. Zuvor ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Schon oft wurde die Frage gestellt, ob und wie man meine seit März letzten Jahres durchgeführte Arbeit unterstützen kann. Wenn ihr dies beabsichtigt, findet ihr am Ende dieses Videos und in der Videobeschreibung nun einen Hinweis über die Möglichkeit zur direkten Unterstützung meiner Recherchen, Analysen und Videos. Auf der Homepage präsentiert sich Baden-Württemberg mit internationalem Flair als Part of the Land mit leuchtendem Neongelb in der Kopfzeile. Unmittelbar farblich abgestimmt erscheint darunter die Schutzkleidung der Pflegeperson auf einer von Überwachungsmonitoren strotzenden Aufnahme aus einer Intensivstation. Der Ausruf der Warnstufe durch das Landesgesundheitsamt wird mit anhaltender hoher Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten begründet und es wird auf stärkere Einschränkungen für ungeimpfte und nicht genesene Personen hingewiesen. Im täglichen Lagebericht lässt die Farbwahl der Darstellung der 7-Tage-Inzidenz in den einzelnen Meldelandkreisen auch keinen Zweifel an der Bedrohungslage zu, die ausnahmslos alarmrot gekennzeichnet sind. In der Intensität haben schon über die Hälfte die höchste Stufe erreicht. Rechts daneben sehen wir die Inzidenzstufen vom 2. November des vorigen Jahres. Nicht nur die Farbwerte deuten im letzten Jahr auf eine etwas weniger dramatische Lage hin, sondern die Farbskala endet hier noch bei einer Inzidenzstufe von Größe 100. Hier wurden aktuell zwei noch höhere Stufen bis über 165 hinzugefügt, die optisch aktuell das Bild bestimmen. Im Tagesbericht wird der Wiederanstieg der übermittelten Neuinfektionen herausgestellt und die ausgewiesene landesweite 7-Tage-Inzidenz von 165,7 liegt in der soeben optisch vorgestellten Skala auf dem höchsten Rang. Besonderer Wert wird auf die Unterscheidung zwischen dem Anteil der Ungeimpften von 381,3 gegenüber dem der Geimpften von 49,4 gelegt. Die steigende Hospitalisierung und der Anteil von 12,5% Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind weitere markante Indikatoren, die zur Beschreibung der Bedrohungslage und zur Rechtfertigung der Maßnahmen herangezogen werden. Betrachten wir die Kurvenabschnitte der gemeldeten Fallzahlen aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts für den Zeitraum jeweils vom 4. August bis 2. November im Jahresvergleich zum Vorjahr, bestätigt sich zunächst das dramatischere Farbbild der eben gezeigten Landesübersicht, denn mit 132.244 neuen Fällen in 2021 gegenüber 47.926 im Vorjahr hat sich die Zahl um das 2,8-fache erhöht. Auch die in diesem Zeitraum durchschnittlich auf Intensivstationen versorgte Anzahl der Covid-Patienten hat sich mit 159 gegenüber 61 um den Faktor 2,6 erhöht. Finden sich hier Vorwürfe bestätigt, dass trotz der dramatischen Erfahrungen des Vorjahres wir auch in diesem Herbst unvorbereitet gehen? Aller Schwerpunkt zur Bewältigung der Pandemie lag und liegt auf der Impfkampagne, die mit 65% einen respektablen Wert erreicht hat und ab der Altersgruppe über 18 Jahren bereits weit über 70% liegt. Hier müsste sich doch ein deutlicher Effekt zeigen, denn nicht nur der Eigenschutz, sondern auch der Fremdschutz sollte bei einer ausgewiesenen Wirksamkeit von 95% Impfschutz zweifellos sichtbar sein. Wenn allerdings sogar Stimmen zu hören sind, die von einem höheren Infektionsrisiko nach der Impfung sprechen, was ist Ihnen entgegenzuhalten, mit Ausnahme der minutiös herausgestellten hohen Quoten der Ungeimpften bei den Infektions- und Hospitalisierungszahlen? Für die Warnstufe spielt die Belegung der Intensivbetten aktuell die entscheidende Rolle. Betrachten wir deshalb den abschnittweise deutlich fallenden Kurvenverlauf der im DIVI-Intensivregister gemeldeten Bettenzahlen genauer. Rot sehen wir das wellenförmige Anschwellen der Covid-19-Fälle, blau für die übrigen Belegungen und grün sind die freien Betten, so dass die Oberkante der grünen Säulen die gemeldete Bettenkapazität anzeigt. Der deutlichste Abfall am 4. August 2020 wird durch die zeitgleich eingeführte Notfallreserve optisch kaschiert. Diese stellt ein beruhigend wirkendes Polster dar, das allerdings noch nie angerührt wurde, da immer ein, wenn auch zunehmend schmaler werdendes Band freier Betten verfügbar war. Sehr auffällig ist, dass auch in den Spitzenzeiten der Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten im Dezember 2020 und im Mai 2021 nie die Gesamtbelegung einen Anstieg zu verzeichnen hat. Dies würde allerdings angesichts der durchweg lebensbedrohlichen und in vielen Bereichen nicht planbaren Notfallsituationen von intensivpflichtigen Patienten aller Krankheitsbilder eine Flexibilität voraussetzen, die nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist. Die stufenweise Reduktion der gemeldeten Intensivbettenzahl um insgesamt 1.447 Betten zwischen Maximalwert am 29. April 2020 und Minimalwert am 24. Oktober 2021 entspricht einem Abbau um 47,3 Prozent. Diese Auffälligkeit wurde sowohl im Bericht des Bundesrechnungshofes detailliert analysiert und kritisiert und fand auch Gehör bei einer Expertenbefragung im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag. So finden sich auf der Seite des Intensivregisters mittlerweile hierzu Erklärungsversuche. So sollen im ersten Zeitraum mit sehr hoher gemeldeter freier Bettenzahl die Freigabe der Pflegepersonaluntergrenzen und die Meldung ohne Berücksichtigung insbesondere der tatsächlich verfügbaren Pflegekräfte zu überhöhten und unrealistischen Meldungen geführt haben. Dem wurde durch die Änderung der Datenabfrage am 4.8. begegnet, was unmittelbar zu einer sprunghaften Reduktion der Bettenzahl führte. Die nun differenziertere Bewertung der Meldungen scheint bis zum November kontinuierlich immer weitere Schwachpunkte berücksichtigt zu haben, wodurch sich die Meldezahlen immer weiter reduziert haben. Im Oktober 2020 wird von reduzierter Verfügbarkeit infolge von Personalmangel bei 11 Prozent der Meldungen berichtet. Ab Mitte November 2020 hat sich die Auslastung der Intensivstationen durch diese Neubewertung der Meldungen kontinuierlich auf über 75 Prozent gesteigert und erfüllt damit die Kriterien von § 21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, dass ab 18. November die finanzielle Unterstützung ab dieser Auslastungsstufe vorsieht. Eine solche Parallele in der gesetzgeberischen Entwicklung wird allerdings im Intensivregister nicht betrachtet. Die so dann angeführte Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen zum 1. Februar 2021 lässt im Kurvenverlauf keine Änderung erkennen. Die ohnehin angespannte Personallage wird durch den höheren Personalaufwand für die Betreuung der Intensivpatienten weiter verschärft, kommt aber dem Patienten zugute und normalisiert geringfügig die Stressbelastung der Pflegekräfte. Dass nun in der angespannten Lage steigender Infektionszahlen sich die Meldung reduzierter Kapazitäten infolge von Personalmangel auf 55 Prozent der Meldungen ausgeweitet hat, ist ein Alarmsignal, das sich auch zuvor schon eindeutig abgezeichnet hat. Es sind keinerlei wirksame politische Maßnahmen bekannt, die hier versucht haben, gegenzusteuern. Dieses angespannte Bild der Betriebssituation der Intensivstationen zeigt auch diese Kurven scharf von der Seite des Intensivregisters, die ich in eigener anschaulicherer Darstellungsweise nachgezeichnet habe. Die Kurven sollen die Einschätzung veranschaulichen, inwieweit der Betrieb des Intensivbereiches durch Personal-, Raum- oder Materialmangel im Vergleich zum Regelbetrieb eingeschränkt ist. Ist die Einschätzung in der ersten Welle im März-April 2020 sehr konstant und entspannt, kommt es mit der zweiten Stufe der Bettenreduktion zu einem dramatischen Abfall des regulären Betriebs und die teilweisen und deutlichen Einschränkungen gewinnen die Oberhand. Das unruhige Auf und Ab der Kurven scheint förmlich die Unruhe in den Planungsteams der Kliniken wieder zu spiegeln. In ihrem Ringen insbesondere hochqualifiziertes Pflegepersonal für die Versorgung der Betten bereit zu halten. Die differenziertere Bewertung der Ressourcen und die daraus resultierende Reduktion der Bettenzahl hat einen deutlich destabilisierenden Einfluss auf die Betriebssituation. Wollte man meinen, dass so dann die Impfkampagne im Pflegebereich eventuelle Risiken durch Eigeninfektionen reduzieren und damit die Personalsituation stabilisieren könnte, sieht man sich getäuscht. Auch bei Erreichen einer hohen Impfquote in der Altersgruppe der Pflegekräfte sinkt der reguläre Betrieb auf einen inzwischen nie dagewesenen Tiefpunkt und der eingeschränkte Betrieb wird zum Normalfall bei den Meldungen. Wenn in 55 Prozent der Meldungen Personalmangel der Grund für die reduzierte Betriebssituation ist, wie sind dann die vorbereitenden Maßnahmen zu bewerten? Ist ein Anteil von 12 Prozent Covid-Patienten überhaupt verantwortlich für diese Misere? Lag der Prozentsatz von Atemwegsinfektionen in den Vorjahren überhaupt höher? Covid-Patienten und insbesondere ungeimpfte Hospitalisierungsfälle sollen ausschlaggebender Indikator sein für die Warnstufe. Wie wird aber eigentlich zwischen ungeimpften und geimpften Patienten unterschieden? Der Lagebericht des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg gibt hierzu detailliert Auskunft. Wird überhaupt der Impfstatus erfasst, zählt zu den sogenannten Impfdurchbrüchen unter den Patienten nur, wer zweimal geimpft wurde und wenn die zweite Impfung bereits mehr als 14 Tage zurückliegt. Somit wird die Gruppe der Ungeimpften zu einem Sammeltopf von nur einmal und damit unvollständig Geimpften, denen, die erst in den letzten 14 Tagen zum zweiten Mal geimpft wurden, deren Symptombeginn folglich vor Ablauf dieser 14 Tage lag, sowie alle Patienten, deren Impfstatus nicht erfasst wurde. Wie hoch deren Anteil liegt, bleibt undurchschaubar. Die verwirrende und teils widersprüchliche Handhabung in der Terminologie und Datenerfassung des RKI kritisiert Prof. Günter Kampf in seinem Artikel im renommierten Journal The Lancet. Er bemüht sich, Klarheit in die verwirrende Terminologie von Covid-19-Fall, symptomatische und asymptomatische Personen und Impfdurchbruch zu bringen. Als Beispiel führt er an, dass bei Fällen, bei denen die offizielle Definition für eine Durchbruchsinfektion erfüllt ist, eine vollständig geimpfte, symptomatische Person mit positiven PCR-Test, das Robert-Koch-Institut die meisten von ihnen trotz Erfüllung ihrer eigenen Kriterien nicht als Durchbruchsinfektion betrachtet, da sie 80 Jahre oder älter waren und daher ohnehin ein höheres Sterberisiko hatten. Er bemängelt, dass diese Erklärung noch nie für Covid-19-assoziierte Todesfälle in Pflegeheimen oder Krankenhäusern bei ungeimpften oder teilweise geimpften älteren Menschen verwendet wurde. Seine Forderung lautet daher, dass in der amtlichen Berichterstattung einheitliche Skalen und Formulierungen verwendet werden müssen, damit die Bevölkerung mehr Vertrauen in die von den Gesundheitsbehörden vorgelegten Daten haben kann. Wie wird es vor dem Hintergrund der insbesondere beängstigend problematischen Personalversorgungslage der Kliniken weitergehen? Diese kann mit noch so viel Solidarität und Einschränkungen, insbesondere wenn sie selektiv einer Teilgruppe der Bevölkerung auferlegt werden, nicht im Geringsten verbessert oder stabilisiert werden. Kommt es zu dem immer wieder herbeigeredeten Notstand, sind keinesfalls trotz ihres Mutes weder die Geimpften als Retter zu feiern, noch die Ungeimpften zu verunglimpfen und für die Missstände verantwortlich zu machen. Solidarität der Bürger, die alle Lasten zu tragen haben, muss mit dem Verantwortungsbewusstsein und der Ehrlichkeit der Politiker sich verbinden, die sich ihrer Verantwortung für ihre Wählerinnen und Wähler und nicht dem Abwägen von Interessensverbänden verpflichtet fühlen. Wie aber sind die aktuell eskalierenden neuen Maßnahmen mit Blick auf die zentralen Probleme einzuordnen? In der Schweiz sind nasal durchgeführte Corona-Tests nicht mehr gültig. Sie müssen durch die Nase bis in den Rachen geschoben werden, bei allen hohen Risiken, die eine gegebenenfalls unfachgemäße Durchführung dieses invasiven Eingriffs zur Folge haben kann. In Berlin prüft der Berliner Senat neue Verschärfungen, die auch Geimpfte betreffen werden und das Versprechen, man habe mit der Impfung seine Freiheiten wiedererlangt, Lügenstrafen. In Österreich wird in nebulöser Formulierung des Gesundheitsministers Mückstein die vierte und fünfte Auffrischimpfung bereits jetzt letztlich angekündigt. Ich hoffe, ich konnte euch die komplexen Hintergründe zur Auswirkung der Hospitalisierungs-Inzidenz auf die Warnstufe in Baden-Württemberg verständlich veranschaulichen. Das Material stelle ich wieder auf meinem Telegram-Kanal realhero zum Download zur Verfügung. Wie schon anfangs angedeutet, findet ihr hier sowie in der Videobeschreibung und auf dem bei Telegram veröffentlichten PDF-Dokument den Hinweis, wie ihr meinen Einsatz und meine Arbeit, die mir ein Herzensanliegen sind, über Bitcoin und Ethereum unterstützen könnt. Wenn euch mein Video gefällt, freue ich mich über ein Like, abonniert meinen Kanal und ladet in meinem Telegram-Kanal das Material zu diesem Video herunter. Herzlichen Dank für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung und ich sage Tschüss.